Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Police Simulator Patrol Officers. Ich hab beim letzten Mal schon gesagt, das Ganze ist jetzt aus dem Early Access raus. Und, ähm, ja, schauen wir doch einfach mal rein, was das Ganze jetzt kann. Wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen gespielt, schon eine erste Schicht. Hier steht's nämlich auch, 33 Minuten, eine Schicht haben wir gemacht, einen Stern haben wir bekommen. Und, äh, da gucken wir jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Ich glaub, wir haben auch ein neues Gerät freigeschaltet gehabt, nämlich, dass, ähm, na, wie heißt es denn noch, das, äh, Geschwindigkeits, äh, Messgerät. Und dann, äh, ja, gucken wir doch mal, ein neuer Tag im Büro. So, welche Schichten haben wir denn? Also, wir könnten... Hier ist übrigens nur Fußstreife aktuell. Hier auch. Und das wäre jetzt die neue. Das haben wir jetzt neu freigeschaltet. Und da würde ich doch erstmal sagen, probieren wir doch das neue mal aus, oder? 25 Minuten, finde ich, ist eine wunderbare Zeit. Und dann beginnen wir doch mal unsere Schicht. Schön, frisch, zur Arbeit. Wie sich das gehört. Und dann gehen wir auf Streife. Tü, 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 tü. So, können wir mit der wieder reden? Letztes Mal haben wir doch so nett gequatscht hier. Naja, okay. Okay, wenn ich das richtig verstehe, ist das dasselbe, ähm, dasselbe Polizei wie wir. Aber wir haben jetzt einen anderen Bereich in der Stadt freigeschaltet. So, die Radarpistole. Temposünder identifizieren. Radarpistole ausrüsten und dann da drauf. Am besten so aus so einer Deckung heraus. Okay. Sobald du sie ausgerüstet hast, kannst du mit der linken Haussetze Ziel mit der rechten ein Foto machen. Ah. Ein Foto. Achso, um den Vorfall zu melden F oder zu verwerfen G. Da ist natürlich die Frage, war der jetzt zu schnell oder nicht? Okay. Verstehe. Verstanden. Das machen wir. Also, melde Raser mit der Radarpistole. Müssen wir natürlich erstmal, ähm, gucken, wie kamen wir da nochmal dran. Äh, die muss man irgendwie ausrüsten. Stand doch da. Da stand, glaube ich, ich soll eigentlich Tab drücken. Okay, ich habe irgendwas, äh, Einführung in die Hintergrundprüfung. Nee. Auch das geht nicht. Ach Gott, jetzt habe ich die rote Ampel. Ich war so drauf versessen, hier jetzt meine Knöpfe richtig zu finden. Begegnungsbericht, nein, das will ich nicht. Okay, hier könnte ich jetzt auf jeden Fall mit dem Dingen interagieren. Das will ich aber nicht. No Parking. Monday. Wir haben aber Tuesday. Achso, und auch erst ab diesem... Da steht es tatsächlich über Streetcleaning. Das hatte ich beim letzten Mal ja vermutet. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Schauen. Das ist noch in Ordnung. Ich glaube... Guck mal, hier steht sowas. Speed Limit 15. Okay. Muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, hier. Okay. Konntet ihr jetzt auf, äh, wenn ich 1 drücke, auswählen, aber nicht irgendwie... Ach. Hä, jetzt auf einmal das Rad? Ja, wenn ich Tab drücke, aber das habe ich vorhin auch gedrückt. Okay. Okay, ich glaube, da müssen wir uns mal eine gute... eine gute Position suchen, von der aus wir ein bisschen, äh, hier, ne? Lasern können und so. Und, äh, ja, am besten irgendwie so... ...vermute ich mal, dass man so ein bisschen verdeckt ist. Dieses Fahrzeug hat ein abgelaufenes Kennzeichen. Ja. Zwölf Meilen. Okay, verwerfen. So geht das also. Ja. Okay, ich musste nur erstmal checken, wie das funktioniert. Das ist krass, jetzt, wir haben schon erstmal Minuspunkte einfach, weil wir... ...weil wir mal eben, äh, vorhin über die rote Ampel gelaufen sind. Komm, da gehen wir jetzt über die Straße. Da können wir zumindest da hinten einen Strafzettel vergeben, auch wenn wir jetzt noch keinen Raser gefunden haben. Aber guck mal hier, das ist ja wohl... ...und abgelaufen. Es sei denn, der hat hier einen Behinderten. Nein. So. Parkuhr abgelaufen. Das geht ja mal gar nicht. So, das war auch korrekt. Und die Position. Aber das kommt mir so vor, als wenn ich denen jetzt nicht einen Strafzettel gebe, weil er irgendwo geparkt hat, wo man nicht parken darf, oder sich irgendwie da noch reingequetscht hat, sondern diese Person war ja einfach zu unfähig zum Parken. Das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Also... So, ich vermute, dass hier 50 ist, aber... ...wissen tue ich das natürlich jetzt auch nicht. Hier finde ich es irgendwie auch noch nicht so eine richtig gute Stelle. Für Raser. Hier ist übrigens ein Fahrzeug in der falschen Richtung geparkt. Das sieht doch mein geschultes Auge sofort. Das ist in Ordnung, aber das hier nicht. Das geht natürlich gar nicht. Hier genauso. Was? Achso, das war die richtige Richtung. Das war die falsche Richtung. Ach, lol. So, das war natürlich hier falsch. Da habe ich mich... Da habe ich mich wieder vertan. Meine Güte. So, aber das haben wir doch. Okay, ich finde, das scheint hier immer noch nicht so eine Straße zu sein, wo jetzt besonders gerast wird. Könnte ich mir eher vorstellen, so hier... Ist das hier eine Hauptstraße? Nee, 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 nee. Da gehen wir jetzt nicht rüber. Es ist nämlich rot. Rot stehen, grün gehen. So sieht das Ganze nämlich aus. Dann könnten wir mal auf die Karte gucken. Also, ich würde doch sagen... Da müssen wir doch eigentlich hin. Da ist doch die Hauptstraße. Da wird doch gerast. Ist das die hier? Oder ist das noch ein weiter? Noch ein bisschen neue Sehenswürdigkeit. Sehr gut. Hier, das ist die Hauptstraße. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken nach Rasern. So weit weg. Oder auf der Brücke vielleicht. Ich fände das auch noch mal irgendwie ein gutes... Eine gute Idee. Ist schon wieder grün? Ja, es gibt halt... Wir haben noch so wenig Punkte, weil wir noch keinen Bonus kriegen. Wir kriegen aktuell Bonus für 35. Ja, vielleicht darf man hier 35 fahren. Woher soll ich das wissen? Da steht 35 Speed Limit. Okay. Dann wissen wir das auf jeden Fall schon mal. Wie geht es Ihnen auf, Herr? Ja, ja. Ich muss... So, nichts, dass wir uns hier wieder mit der Richtung vertun. Die Fahrzeuge stehen in der richtigen Richtung. So, jetzt verstecken wir uns hier. Noch nichts. Ja gut, ich meine, die fahren auch auf eine Ampel zu, ne? Warum sollten die da jetzt besonders schnell fahren? Auch 35. Auch 35. Ist es so im realen Leben, dass die Polizisten... Ach, hier steht wieder einer verkehrt rum. Das können wir doch mal eben mitmachen. Also wenigstens ein paar Punkte. Ein paar Punkte kriegen. Das die aber auch... Also auf den Punkt alle 35 fahren? Das ist doch unrealistisch. Und der ist da gerade erst gespawnt. Habe ich genau gesehen. Was ist denn noch eine gute Ecke, wo man sagen würde, da rasen die Leute? Hier diese Straße vielleicht? Ja, das mit den Sehenswürdigkeiten, das habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Weil ich jetzt auch nicht weiß, muss ich mir das jetzt irgendwie merken oder nicht. Weil auf der Karte wird es ja nicht angezeigt. Wir sind ja schon wieder Ampeln. Kann ja keiner... Wie geht es Ihnen, Officer? Zu spät. Ich glaube, es ist einfach, wenn man so rennt, dann kann man nicht zurückgrüßen. Das ist dann einfach zu schnell vorbei. Äh, war das jetzt zu schnell? 39? Wahrscheinlich, ne? Hätte ich mir ein Foto machen müssen. Okay, wir liegen hier auf der... So müssen sich auch echte Polizisten fühlen. So, oh mein Gott. Naja, das ist viel zu langsam. Ja, das war natürlich auch, weil hier die Ampel wieder... Also im Prinzip können wir immer nur warten, bis die Ampel hier grün ist. Und dann Leute direkt angeprettert kommen. 35 ist okay. Oh, jetzt Tickets für die U-Bahn. Das wäre noch geil. U-Bahn-Kontrolleur-Simulator. Oh, was ist das denn? Konnte gar nicht da runterlaufen. Ne, ist schon wieder... Ach, guck mal, der dahinter. Der war wahrscheinlich zu schnell. Also muss ich eher nochmal, äh, über die Straße und dann auf der Seite. Oh, die Hälfte von meiner Schicht ist schon rum. Wir haben nämlich ein Raser. Nicht ein Raser. So. Ja, guck mal, der ist doch auch so angeheizt gekommen. Ach. Aber hier ist Ende von meinem... Von meinem Revier hier. Ah. Oh. Ach, klar. Hier ist... Das ist das Ende. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch nochmal hier hin. Oder nochmal auf die Brücke da oben. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Von der Brücke aus, ähm, Blitzen, das ist doch immer... Aber auf Autobahnen funktioniert das, glaube ich, immer ganz gut. Hm? 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 Äh, der ist auch... Auch alle... Zu langsam. Ja, also 35 scheint auf jeden Fall die richtige Geschwindigkeit zu sein. Ach, guck mal, da. Der überholt. Der überholt so krass. Ne, ist aber auch 35. Vielleicht ist das irgendwie nicht versteckt genug oder so? Bei der, äh... In der Anleitung, da war das so ein bisschen, dass er so versteckt war. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Konnten wir gar nicht lasern. Konnten wir gar nicht anvisieren. Wahrscheinlich war die Säule im Weg. Aber normal lasert man doch auch nicht aus so einer... In so einer Kurve oder so. Geh'n wir mal ein bisschen in die Richtung. Vielleicht... Ja, ich war wieder zu spät. Ich wollte halt zurückgrüßen, aber... Boah, und wer grüßt denn so bitte Polizisten? Ah, 37, aber... Ich glaub, 37 ist jetzt auch nicht so. Yeah! Unseren ersten Verkehrs... Äh, äh... Dings, Sünder, hier. Der kam aber auch schnell angebrettet. Hat man sofort gesehen. Wahrscheinlich ist hier doch dann eine ganz gute Position. Hier so hinter den Autos. Erzählt, obwohl man nichts erkannt hat. Ach, krass. Jetzt geht's aber, äh... Hier rasant. Wohin hab ich die ganze Zeit gar nichts gefunden? Das ist das Ganze. Ich weiß nicht. Was ist das denn? Nichts? Neum. Nichts. Onyx. Ich weiß nicht. Nee, ah nicht Ah nicht Okay, jetzt kommt wieder nix Ja, 37 Ist das noch in der Ist das noch in der Toleranz Können wir mal melden Okay, 7 Boah, also da sind die aber echt kniepig Wenn man 35 fahren darf Und dann darf man mit Ähm Mit 37 schon blitzen Da ist ja gar nix mehr mit Toleranz Haben wir doch einen Noch einen Geil Wenn er das macht Richtig Bock Huh? Huh? Ja, auch 35. Bisschen Zeit haben wir noch. Äh, das ist auch wieder... So, wie sich das gehört. Äh, die sind alle... Naja, auch nicht. Der kam mir ein bisschen schneller vor gerade, aber... Ne. Was ist denn das hier für ein... Hallo, haben Sie hier gerade einfach mal eben... Ein Anfangsverdacht. Ja, der ist doch einfach hier über die Straße gerannt. Verhält sich merkwürdig. Zu einem eigenen Schutz darfst du sie abtasten. Ich werde sie jetzt abtasten und durchsuchen. Okay. Okay, dann ist da wohl nichts. Äh, dann möchte ich aber einen Verstoß bestrafen. Nämlich unerlaubte Straßenüberquerung. Aber ich... Lass es bei einer mündlichen Verwarnung. Ich werde sie diesmal nur mündlich verwarnen. Ha, vielen Dank, Officer. Und? War das korrekt? Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Weiterfahren vor allem. Ja, das war wohl korrekt. Also, das geht ja mal gar nicht hier einfach so quer. Da ist extra... Wofür hat die Stadt denn extra diese Fußgängerbrücke da oben gebaut? Für teuer Geld. Und dann einfach hier... Das ist ja lebensgefährlich. So geht das nicht? So. Ne. Noch zu viel hier, äh... Oh. Eindeutig. Das war zu schnell. Okay, unsere Schicht geht jetzt auch nicht mehr ganz so lange. Aber ich finde, wir haben auch schon... Also, das habe ich auf jeden Fall gelernt, wie das mit der Radarpistole geht. Äh, ich glaube, da hatte ich... Als es noch im Early Access war, hatte ich da schon Probleme mit. Das hat jetzt super funktioniert. Und ich konnte diesen, äh... Schon mal hier einen Passanten mal richtig hier in die Mangel nehmen. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Sehr gut. Ja, wir haben natürlich jetzt ein paar, äh, ähm... Hier von diesen Korrektheitspunkten da abgezogen bekommen. Weil ich vorhin schon mal... Wieder natürlich bei Rot selber über eine Ampel gelaufen bin. Und so weiter und so fort. Aber das werden wir gleich alles im... Na? Ah. Den haben wir nicht gekriegt. Der war nämlich noch schneller. Das war ja noch unverschämter. Aber das ist immer so. Es erwischt immer die Falschen. Wie die rasen, wie die größten asozialen Penner. Die werden nicht erwischt. Aber wer, wenn ich mal, ähm... Ne? Ein Kmh zu viel drauf hab. Da ist es wieder direkt. Saki muss wieder blechen. Ne. Das sieht alles gut aus. Und ich glaube, jetzt ist auch unsere Schicht vorbei. Den nehmen wir noch mit. Den auch noch. Guck mal, dann sind wir sogar bei 200 Punkten. Ich erkenne übrigens auf diesen Bildern, die ich da mache, gar nichts. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, den einen nehme ich aber noch mit. Sehr gut. Ich muss echt sagen, mir gefällt das auch richtig gut mit diesem... Hallo? Was war das für ein Sound? Äh, mit diesem... Mit diesem Schichtsystem. Dass man sich vorher ein bisschen einstellen kann hier. Wie lange soll eine Schicht gehen? So wie so ein... Wie so ein Rundensystem. Das gefällt mir richtig gut. Und dann hat man auch richtig das Gefühl, so... Jetzt habe ich auch eine Schicht... Irgendwie abgearbeitet. Also sonst ist das halt oft so... Naja, wie lange soll ich spielen? Und dann mache ich ein bisschen und so. Weil es ja eine Simulation ist. So sieht es aus. Und hier finde ich, das ist genau... Na, man kann sich schön eine Schicht gönnen. Jetzt haben wir die Schicht beendet. Und, ähm, ja. Gucken uns doch jetzt einfach mal das Ergebnis an. Maxwork Corp. So, Zusammenfassung. 8.11.22. Bisschen im Zeitplan hinterher. So, wir haben leider Gottes zweimal, ähm... Oh. Fotokamera. Wofür brauche ich die? Ah, leichter... Leichter Unfall. Und eine neue Nachbarschaft. Okay. So, wir haben hier... Unrechtmäßig für Strafen in falsche Richtung. Das war natürlich mein Fehler. Dann haben wir Parken mal, ähm... Bordstein in falsche Richtung zweimal. Und dann berechtigt für Geschwindigkeit. Recht... Ah, guck mal, deswegen hat das so viele Punkte gegeben. Weil es war eine rechtmäßige Ausweiskontrolle. Rechtmäßiges Abtasten. Und Verwarnung für unerlaubte Straßenüberquerung. Ja, so schnell geht das. Sonstige Verstöße. Ja, ich habe hier leider, äh, drei Punkte Abzug bekommen. Und, ähm, ja, diese Verhaltenspunkte waren tatsächlich minus 13, äh, was dann heißt, dass man 14 Strafe bekommt. Aber es macht trotzdem insgesamt 270 Erfahrungspunkte. Und ich glaube, da sind wir doch zufrieden mit. So. Und, ja, Schicht ist vorbei. Ähm, beim nächsten Mal gucken wir uns dann die nächste Region an. Und ich hoffe, ihr seid auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wir gehen zusammen auf Schicht. Macht's gut, bis dahin. Alles Gute. Ciao.